So Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Das Wort zum Montag. Wir fangen auch gleich mit den Themen an. Also wie ihr vielleicht bemerkt habt, habe ich ein neues YouTube Design. Dafür muss ich mich bei Little Confused Brain bedanken, der hat es mir nämlich, wie man sich denken könnte, erstellt. Also danke nochmals dafür. Jetzt will ich euch auch zeigen, was ich so tolles damit anstellen kann. Oben in meinem Kanal seht ihr ja einen sogenannten Banner. Soweit ich informiert bin, können nur YouTube Partner solche Banner in ihr Profil einfügen. Jetzt seht ihr neben diesem Fokka, wer hat es erfunden, natürlich noch ein paar andere Icons, die euch vielleicht mehr oder vielleicht auch weniger sagen. Ich erkläre sie einfach mal. Also wenn ihr auf Facebook, also wenn ihr auf das Facebook-Icon klickt, gelangt ihr auf direkten Wege zu meinem Facebook-Account. Wow, was für eine Überraschung. Wer hätte es gedacht? Na ja, und wenn ihr halt auf das Amazon-Icon klickt, gelangt ihr zu Amazon oder Amazon, Amazon, wie auch immer, einkauft, bekomme ich 5% des Kaufpreises gutgeschrieben. Euch kostet das natürlich keinen Cent mehr. Also der Preis bleibt, heute habe ich es echt mit den Wörtern. Also der Preis bleibt gleich. Ich bekomme lediglich ein paar kleine Provisionen. Eine kleine Provision. Deutsche Sprache, wirklich schwere Sprache. Mich würde es freuen, wenn Leute, die oft bei Amazon einkaufen, über den Link einkaufen, damit sie mich halt damit einfach etwas unterstützen. Ich will euch ganz klar nicht dazu auffordern, unbedingt eure Sachen über Amazon, Amazon, wie auch immer, zu kaufen. Wenn ihr sie woanders kauft, müsst ihr natürlich nicht meinetwegen über diesen Link kaufen. Also über diesen Link auf Amazon, Amazon, wie auch immer kaufen. Es geht einfach für die Leute, die sowieso oft bei Amazon einkaufen, dass sie mich halt dadurch ein bisschen unterstützen können, wenn sie es natürlich wollen. Ich möchte mich hierbei auch bei den ganzen Leuten bedanken, die schon über den Link eingekauft haben. Danke dafür, finde ich wirklich klasse. Zu guter Letzt bleibt noch dieses Fragezeichen-Icon oder diese Fragezeichen-Box. Was dies zu bedeuten hat, ist ganz einfach. Ich picke mir jede Woche ein zufälliges Video aus meinen Uploads raus und verlinke es einfach da. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr wollt, jede Woche mal da draufklicken und schauen, welches Video da drin ist. Was das für einen Sinn hat. Naja, ihr seht ja dadurch vielleicht Videos von mir, die ihr vorher noch nicht kanntet. Und ist einfach irgendwie ein kleines Gimmick, das ich irgendwie witzig finde. Muss aber jetzt nicht jeder von euch witzig finden. Ihr dürft mir natürlich auch gerne Vorschläge machen, was ich da einbinden soll. Wenn ich es für sinnvoll halte, mache ich es vielleicht auch rein. Das war es halt dazu. Ach ja, dann habe ich hier unten natürlich auch noch einen kleinen, wie nennt man das, Banner, Bild, wie auch immer. Da ist, wie ihr seht, das Logo von TGN drauf. Wenn man draufklickt, gelangt man zum neuesten Video von mir auf TGN German. Also jedes Mal, wenn ich ein neues Video auf TGN hochlade, wird dieses dort verlinkt. Und ich finde es allgemein etwas schade, dass die letzten Parts von meinen Projekten auf TGN so wenige Zuschauer hatten. Deswegen verlinke ich sie hier wieder einmal. Vor allem den neuesten und kommenden Teil von Donkey Kong Country Returns finde ich persönlich äußerst witzig. Also solltet ihr auf jeden Fall mal da vorbeischauen. Und hier weiter oben habt ihr halt das ganze Zeug, das ihr hoffentlich schon gesehen habt. Facebook, Amazon und die Projekte halt könnt ihr überall draufklicken und schauen, was passiert. Bla 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 bla. Jetzt zu einem aktuellen Thema. Leute, wenn ich euch in einem Part frage, ob ihr denkt, Betonung liegt auf denkt, dass Charlie und Chloe was miteinander haben, dann will ich nicht, ich wiederhole es, ich will nicht, dass ihr mir die ganze Story spoilert oder erzählt hat, für Leute, die nicht wissen, was spoilern bedeutet. Das macht einfach keinen Spaß dann für mich, das Spiel zu spielen, wenn ich schon weiß, was passiert. Ich musste im letzten Uncharted Part 10 oder mehr Kommentare entfernen, die einfach alles gespoilert haben. Dabei habe ich leider auch ein oder zwei Kommentare entfernt, in denen keine Spoiler waren. Dafür möchte ich um Entschuldigung bitten, aber es war halt in der Hitze des Gefechts so. Und ja, es hat mir wirklich keinen Spaß gemacht, das zu tun. Und ja, das macht dann wieder, äh, weder mir noch den Leuten, die sich das Projekt anschauen, ohne die Story zu kennen, kein Spaß. Wenn ich so eine Frage stelle, dann geht es für mich darum zu wissen, was ihr zu diesem Zeitpunkt denkt. Also sagt ihr mir entweder, wenn ihr die Story schon kennt, was ihr denken würdet anhand der Fakten, die man hat, oder ihr sagt einfach gar nichts. Leute, die die Story nicht kennen, können ihre Gedanken da natürlich frei äußern, da sie dadurch keinen, den Spaß verderben, also den Spaß am Spiel verderben. Versteht ihr, was ich meine? Und, ähm, unter anderem deswegen habe ich mich jetzt entschieden, das Spiel doch nicht blind zu machen. Ich weiß nicht mehr genau, bis zu welchem Kapitel es blind ist, also aufgenommen ist, aber auf jeden Fall werden die neuen Parts nicht mehr blind sein. Aber macht insofern keinen Unterschied, da ich ja nie in den Titeln geschrieben habe, blind, weil ich es sowieso für unnötig fand. Auf jeden Fall bitte ich euch einfach fair zu bleiben und niemanden irgendein Spiel zu spoilern. Spiel zu spoilern. Spiel zu spoilern, sonst muss ich wohl oder übel Konsequenzen ziehen. Und das will ich wirklich nicht. Dann noch wichtig, ich werde diese Woche noch jeden Tag jeweils ein Video auf meinem Kanal hochladen und wenn möglich jeden zweiten Tag ein Video auf TGN. Ab nächster Woche werde ich dann jeden Tag zwei Videos hochladen und auf TGN muss ich noch schauen, ob ich jeden Tag ein Video hochlade oder jeden zweiten Tag oder zwei Videos an drei Tagen oder drei Videos an vier Tagen oder vier Videos an... Ach, ihr versteht schon, was ich meine. Man wird auf jeden Fall sehen. Wenn ich das Gefühl habe, die Views, Aufrufe stimmen, kommen dann auch durchaus drei Videos pro Tag auf meinem Kanal. Aber das wird sich dann sehen, wird sich sehen, wird sich herausstellen. Versprechen tue ich aber nichts, aber ich habe es erstmal so vor, um auch endlich mal mit den Projekten voranzukommen. Das war es auch schon wieder für diesen Part. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Abend, eine schöne Woche und ja, tschüssi!